weiter geht's in minecraft staffel 3 wir sitzen ja gleich mit dem boden für turm gleich wieder falsch gemacht dann können die hier wieder raus und die kommen rein so dann haben wir hier und durchgang und können hier auch gemütlich die dinge noch verlegen und ich glaube die rest machen wir dann lieber wenn es nacht ist das ist ja eine arbeit die können wir hier bequem groß führen außer wenn wieder mal eine witsch ankommt so haben wir fechtenholz dabei ja dann machen wir daraus wieder die teile nacht haben wir auch dabei haben wir hier immer da war eine fichte ich hätte jetzt gern das eichenholz wieder für die treppe das ist auch fichte nach der unten ist auch noch ein baum das sieht auch eine stark nach fichte alles aus ich brauche eine eiche fichte fichte dichten wie drei fichten hat das ist krass dass man die baum auto dass man die baumarten hier besser kennt als im realen leben so eichenholz und die setzlinge hätte ich dann auch gerne ich komme gleich wieder ich würde schon mal die treppen machen an der zeit wie die dinge da vielleicht spawnen na toll bekomme richtig viele treppen darüber 12 aber könnte reichen könnte reichen könnte reichen und so wo da war das ein apfel ich hätte noch ein bisschen nach auch wenn ich nicht weiß ob das noch geht vielleicht kommen da garten ersetzen wir dann raus könnte auch sein da ist noch einer zwei sehr gut dann würde ich sagen dann setzen wir hier wieder einen baum und einbringen war zu uns da oben hoch was war der plan ach so die treppen fangen wir mit der ecke zuerst an das doofe ist jetzt bloß was mir gerade einfällt ist okay doch nicht doch das ding hat jetzt keinen unteren eingang insgesamt dann wahrscheinlich die ecke so hier kommt die türen blablabla wie machen wir das jetzt mit den treppen toll wieso wohl noch mal so und dann werden wir oben ich glaube das ist die beste variante son acting hatten wir nicht noch daten war das doofe ist dann bloß mit den sichtfenstern das allgemein ganz schön doof hier könnte sind da könnte welchen hin und da auch eigentlich müssten wir die treppe hier hoch ziehen weil hier hat man die sichtfenster da wieder ich weiß noch nicht selbst die dosen schwein genau erst mal dann drinnen runde drinnen runde ja ich glaube das ist eigentlich doch die beste variante wo kommst du immer wieder her du kleiner schlummig vielleicht würde auch so gehen schon mal eins vorgesetzt lebst du weg hey springt das immer wieder runter oder wird so 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 ja okay waren also zwei und dann wären hier wieder die halb treppen aktiv ich weiß noch gar nicht wie wir das hier genau machen eigentlich könnte es auch ein tor mit einem tor mit einer öffnung sein wenn die auch kein ding dann lassen wir das so wieder wie unten wir können die treppe also auch keinen weiter zurücksetzen wenn man sonst daran sich stoßen würde das heißt die muss definitiv so bleiben dann 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 Und das Exemplar wird dann wieder größer. Das kennen wir ja schon. Also das Stockwerk wird größer. Und vier. So. Jetzt müssten wir uns bloß wieder noch entscheiden. Irgendwie ist das doof mit der Treppe. Gefällt mir noch nicht. Außer ich habe da noch eine Idee. Dazu brauche ich aber einen ganzen Block. Einen halben vielleicht auch noch. So müsste es ja gehen, ja. Und dann fällt man auch hier nicht runter. Das wäre eigentlich noch ein Plan. Jetzt müsste der doofe Brumm bloß noch wachsen. Dann habe ich nämlich eine Idee. Kommt hoch, kommt hoch. Noch einer? Kommt oder kommt doch nicht? Da kann man aber hoch ist dann eben. Da kommt noch mehr, oder? Die kommen von Dell. Ja, also man kann so hoch springen. Okay. Tja, was machen wir jetzt? Solange der Baum nicht wächst, kann ich meinen Plan eh nicht fortsetzen. Aber wir könnten schon mal die Treppen auf der anderen Seite machen. Ähm, wie waren das jetzt? Zu der Seite nach dem ersten Block. Naja, das geht ja jetzt hier gar nicht auf. Verdammt. Weil die Tür ja hier ist. Obwohl das hier ja auch keine Rolle spielt, weil wir ja... Zack. 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 Die Sonne geht unter. Plurbräu kommt hoch. So, ähm. Ne, Fichtenholz brauchen wir auch noch. Da hätte ich mir endlich auch einen Baum gleich von fällen können. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frechheit. Und nach den 15 Dingern haben wir nur noch ein Stack mit diesen schicken Steinchen. Das heißt, wir müssen eh wieder nach Hause und uns die nächsten drei Stacks holen. Und mit diesen können wir dann, ähm, vielleicht mal diese Torbögen in Angriff nehmen. 1, 2, 3, 4. Jump. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Fichtenholz. Aber das machen wir wie gewohnt. Erst in der nächsten Folge. Spitz, bedanke mich. Bis dann. Oh, oh. Bis dann. Dann.